Und damit hallo und herzlich willkommen liebe Freunde hier zurück bei Dragons Dogma 2. Und ich will euch heute ein Fundort zeigen von einer Rüstung, die für den Anfang gar nicht mal schlecht ist. Gerade wenn man den Dieb spielt zum Beispiel, ist die schon sehr sehr stark. Und das Beste daran ist, wir können sie quasi fast zu Beginn des Spiels schon finden. Wir müssen nur in die Hauptstadt kommen. Das passiert quasi automatisch und relativ früh, wenn wir einfach der Hauptquest folgen. Wo müssen wir dafür hin? Wir müssen einmal auf das Palastgelände ins Schloss quasi. Ich zeige euch das mal eben auf der Map. Wir sind jetzt hier im Palast drin. Und ich zeige euch einmal den Weg zur Truhe. So, da hinten ist die Tür, durch die wir hier in diesen Palast gelangen. Wir gehen einmal hier Richtung Thronsaal und halten uns direkt links und laufen einmal hier runter. Während wir den Weg ablaufen, würde ich euch mal empfehlen, in meine Dragons Dogma Playlist reinzuschauen. Das sind einige Videos, die euch vielleicht helfen können, gerade zu Anfang des Spiels. Vielleicht ganz hilfreich. So, wir biegen einmal hier links ab. Dann einmal rechts. Dann wieder einmal links. Hier können wir einen Aufzug benutzen. Den lassen wir jetzt diesmal aber einfach stehen und gehen die Treppenstufen hoch. So, hier gibt es mehrere Ebenen, auf denen auch gerne mal Kisten stehen. Bitte immer genau schauen und einfach looten, was geht. Aber wir müssen relativ weit nach oben laufen. So, ich lasse alle anderen Kisten jetzt einfach mal liegen. Da könnt ihr selber einfach mal gucken. Hier müsst ihr immer mal wieder springen, damit ihr nicht runterfallt. Oder einfach hier außen am Rand langlaufen. Da kann euch nichts passieren. Okay, so, hier war es auch noch nicht. Noch ein höher. Und genau das sollte nicht passieren. So, nächster Versuch. Diesmal vielleicht nicht so schnell. Nein, hier nicht. Und einmal rüber. Jawohl. Oh, oh, oh. Alles klar. So. Und zwar hier oben die Truhe, wo diese Rüstungen stehen. Die öffnen wir. Und darin finden wir Wachen, Bundhaube und den Kettenpanzer. Schauen wir uns das Ganze doch mal an. So, die Haube ist schon mal echt gut. Ja, würde ich sagen, ist jetzt nur für den Kämpfer oder den Krieger. Ist vielleicht eine Option für euch, wenn ihr die spielt. Und hier der Kettenpanzer ist für den Bogenschützenkrieger, Dieb und den Kämpfer. Und hat eine Abwehr von 99, magische Abwehr 76 und Niederschlag 59. Die Rüstung an sich ist jetzt nicht die Welt, aber ich finde nice to have, weil die einfach schon, das hier wäre jetzt das Gewand, die Banditenweste, die man von Anfang an bekommt als Bandit. Und da hat sie 10 mehr Abwehr. Das finde ich schon stark, finde ich eigentlich ganz gut. Hilft einem zu Anfang auf jeden Fall weiter. Ich bitte mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, schaut gerne mal in der Playlist rein. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!